Bei einer Schießerei in einer Kirche in Texas sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. Ein Sprecher der Polizei sagte, Ein Mann hat die Kirche betreten und das Feuer eröffnet. Ein paar Mitglieder der Gemeinde haben daraufhin zurückgeschossen. Dabei starb der Angreifer. Traurigerweise ist die Person, die von dem Mann angeschossen wurde, im Krankenhaus gestorben. Ein weiterer Besucher der Kirche erlitt schwere Verletzungen. Die Schießerei fand in White Settlement statt, einem Vorort der Metropole Fort Worth. Die Ermittlungen wurden bereits eingeleitet. Das FBI sagte, es sei noch kein Motiv erkennbar gewesen. Die Gemeinde kündigte bereits Gedenkgottesdienste an.